So, willkommen zurück zu Teil 3. Wir sind jetzt Oberkante mit dem Kolben, Oberkante Überströmer. Die sind also geschlossen. Das wird das Handy nicht hergeben, aber da ist so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen, wo man das sehen kann. So, guckt mal, wie weit der Auslass schon auf ist. Das ist eure Vorauslasssteuerzeit. So, ich habe, wie gesagt, Kolben, oberer Punkt Überströmer. Ich habe die Gradscheibe nochmal auf 0 Grad gestellt, ungefähr. Ja, stimmt nicht ganz. Kommt her, so. Ja, wir wollen ja hier nicht auf Tausendstel messen. So, jetzt drehe ich den in Drehrichtung. Ja, hier, Drehrichtung. Der Kolben geht runter. Er kommt wieder hoch. Ja, bis er so ebend die Überströmer wieder verschließt. So, und das macht er just in dem Moment. Jetzt schauen wir. Ja, wir hatten hier. Sehe ich das richtig? Bei 0 Grad angefangen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 117 Grad. Ja, so knappe 118 Grad. Ja, ich gucke nochmal nach. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ja, so knappe 118 Grad. Das würde jetzt bedeuten, wir haben einen Vorauslass, ja, 180 Grad Auslasssteuerzeit minus 118 Grad Überströmersteuerzeit ergibt 62 Grad geteilt durch 2. Ja, weil wir haben zwei Messungen. Dann kommen wir auf eine Vorauslasssteuerzeit von, na, 62 geteilt durch 2 sind 31 Grad Vorauslass. Das ist schon sportlich. Dann wollen wir mal schauen, äh, ob das läuft, ja. Also der Motor geht auf Drehzahl, wisst ihr Bescheid. Nur, was mich so ein bisschen stört, es gibt für die, äh, Piachos, SKR und so keine vernünftigen Resonanzauspuffrohre, halt. Ich sag Auspuffrohre, ne, so, schön, unauffällig und sowas, das gibt's einfach nicht. So, und das ist das Problem. Ich könnte einen super Motor bauen, wenn ich einen vernünftigen Auspuff kriegen würde, der nicht gleich so auffallen würde. Ja, ihr kriegt die, 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 ähm, diese Tuningauspuffe gar nicht eingetragen. Ja, die halten euch an, fahren ohne Betriebserlaubnis, Feierabend, obwohl ihr 125 Kubik habt. Es ist halt so. Jede Veränderung, die man sieht, die dann auffällt bei den lieben, äh, blauen, das waren ja früher grüne, ja, das ist das Problem. Leute, die kratzen euch die Plakette runter, dann schiebt ihr nach Hause, ne. So, alles gut, bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.